Jo, willkommen zurück zur nächsten Map und zwar, die ist diesmal von Nimonator und zwar nennt er die Map den Sch... ne Moment, er nennt die Map Schatz des Droiden. So, jetzt aber Nacht machen. Hui, okay, ich speichere erstmal hier an diesem Bett. Altbekanntes Konstrukt. Und ihr könnt mir immer noch weiter Maps schicken. Alles steht in der Videobeschreibung. Zu Beginn der Map erst schlafen und Regeln lesen. Viel Spaß, okay. Regeln, Story und Aufgaben. Gut. Ich kann wenden, meine Score ist Eisen. Zack, 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 zack. Brot in die Ecke und Story, Aufgaben. Fangen wir erst mal den Regeln an. Keine Blöcke abbauen, Schweresgrad wird automatisch eingestellt. Sehr gut. Deine Score ist Eisen. Nicht aus dem Web springen, nicht in Dispenser gucken, nicht cheaten. Okay. Story und Aufgaben. Nach einer langen Reise findest du ein Dorf inmitten einer Wüste, aber es gibt keine Bewohner mehr. Sie sind alle tot. Irgendjemand hat mal was von einem Schatz erzählt, der in einem unbewohnten Dorf verborgen sei. Schau dich in der Stadt um und versuch herauszufinden, wer den Bewohner getötet hat. Vielleicht erfährst du ja auch noch etwas über den Schatz. Okay. Die Story lass ich mal da drin. Uh. Ja, genau. Komm direkt über die Zombies rein. Oh, geht nicht zu. Ja, genau. Komm rum. Kommst aber trotzdem nicht durch. Sieht zwar aus wie ein Creeper, ist aber ein Zombie. Tschüss. Okay, dann nehmen wir uns erst mal das Haus hier vor. In Öfen darf ich ja gucken. Nur nicht in Dispenser. Oh. Da geht doch schon mal was. Ein Eisenschwert und drei weitere Eisenbahnen. Nice. Warum kann man da reingucken? Ah, ist wahrscheinlich solche, sind wahrscheinlich Treppen. Gut, das erste Haus. Erste Haus wäre komplett. Warte, ich muss da ein Mikro ein bisschen hier umändern. So, jetzt haben wir was. Warum drücke ich denn noch Hebel, wenn da überall Zombies rauskommen? Ne, warte, lass ich auf, dann weiß ich, da war ich schon drin. Oh. Der kommt direkt mit die Tür ins Haus. Ja, WTF, der hat ja echt die Tür. Nimm dir den Bogen und den Pfeil und geh nach oben. Alter Einsch... Oh mein Gott. Woanders kann ich auch nicht hin. Das ist cool gemacht. Gefällt mir schon. WTF? Schieße auf den Knopf am Baum. Ja, genau. Ach so. Oh, ich dachte schon, Unendlichkeit. Ich dachte schon, ein Pfeil. Genau. Ah. So, in dem Ding war ich schon mal drin. Ich gebe dir noch was im Wasser. Ich sehe gerade... Doch, da, da. Halt, ich töte erst mal die Zombies. Komm her, hör mal. Ach, sauber, sauber. Oh. Da ist schon, der stirbt an den Kaktus. Hui. So, jetzt so der Kiste dahin. Warte, erst mal gucken, was hier ist. Nix. Das ist aber ärgerlich. Da ein Eisenbarren. 15 Punkte schon. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe mich jetzt hier mal schlafen gelegt. Oh, ich höre schon wieder wehen. Zwei Punkte. Okay, den haben wir, das haben wir, hier das Haus auch complete. Autsch. Ich ahne, es schlimm ist, wenn ich diesen Hebel da drücke. Gehen wir erst mal drüben in das Haus rein, hier in diese Bibliothek. Was weiß ich. Ah, könnte sogar sein. Lege auf diese Platte acht Bücher, aber keine benannten Bücher, Mann. Ein Buch? Bibliothekar. Liebes Tagebuch, in meiner monumentalen Sammlung der wichtigsten literaturischen Werke fehlen mir noch genau acht Bücher. Ich verzweifle langsam daran. Ich weiß nicht, wo er sie bekommen könnte. Mir kann nur noch ein Wunder helfen. Seufz. Sehr gut. Diamantenschwert. Jetzt schon. Der Physiker. Das wäre ja benannt, oder? Da ist ganz viel Papier. Noch mehr Papier. Ich glaube, diese Bücher meint er. Ich glaube, er meinte nicht solche Bücher. Ah, naja, hier, guck mal, Buch. Ah. Dann habe ich die acht schon aufgenommen. Okay. Nice. Connected Texturpack. Mod ist nicht immer ganz gut da oben. Komm, es ist doch schwer genug. Hm. Die Bücher sind auf der Platte. Was ist denn los? Und ich glaube, es ist noch zu leicht. Warte, ich tue mal mehr drauf. Uh. Ah, doch. Der Schalter ging auf jeden Fall. Na toll, da ging es sogar beim ersten Büro. Was ist denn los? Okay, hier ist alles geholt. Da war auch nichts. Ach, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Jawoll. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte das im Endeffekt wieder gibt. Und wer die Map auch mal zocken will, alles in der Videobeschreibung. Oh yeah. WTF? Sagt voll komisch aus. Die hängen da alle fest. Genau, tötet euch selber. Nein, ich wurde... Oh, ich wurde erschlagen. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Wie der gar nicht ballert, so... Hä? Was ist denn das? Ich glaube, ich habe einen Fehler drin. Kann ich auch. Ah, sauber. Ah, sehr gut. Headshot. Gut, was hier passiert. Hier ist die Beleuchtung des Pools angegangen und hat diese Kiste hier freigegeben. Beziehungsweise beleuchtet. Aber ansonsten war jetzt hier gar nichts. Oh, schon wieder die ganze Horde da. Schon wieder die Horde da. Ah, okay. Ja, wo geht's denn hier weiter? Kopfkratz. Ich muss da irgendwo was übersehen haben. Warte mal, da oben war ich schon drin. Da ist auch nichts. Oh, nichts. Auch nichts. Da ist nichts drin. Hier auch nicht. Okay. Der Schatz des Druin... Oh, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Warum baut man immer eine Labyrinth ein? Ah, sehr gut. Wieder zwei Eisenbarren. Hier ist wieder nichts in der Ecke. Also zurück. Zurück, zurück. Bin ich jetzt hier einmal rum, oder wie sieht das aus? Ja klar, aber hier ist immer noch nichts. Da ist nichts. Ja, wo geht's denn hier weiter? Warte, ich glaube, ich kill die da hinten erstmal. Bäm. Und sie wissen nicht, woher es kommt. Headshot. Und tschüss. Oh, daneben. Volltreffer. Diesmal werde ich den Hebel aber nicht nochmal drücken. Gut, hier sind alle weg. Menno. Oder vielleicht doch? Okay, Monster sind leer. Alles klar. Und dann gucken wir hier nochmal rein. Der Schatz des Druiden muss doch irgendwo sein. Ach ja, ich vergiss das immer. Ich vergesse das immer, dass da Monster rauskommt, wenn ich den Schalter drücke. So, hallo. Oh, ist ja, ich werde kaputt gemacht. Hau bloß ab. Hau ab. Ja, gute Frage. Also, ich weiß momentan nicht, woher ich hier muss. Wie die Lösung aussieht. Ob hier nur ein Fehler in Minecraft ist oder wie auch immer. Oder in der Map. Keine Ahnung. Oder in meinem Kopf, dass ich das nicht sehe. Weil an sich habe ich hier acht Bücher draufgelegt. Ich tue da jetzt alles drauf. Oh. Nein. Oh. Mann, oh. Weil da ist doch gar nichts passiert. Momentan. Moment, ich hatte ja acht Bücher drauf. Bevor ich die Map dann abbreche. Hi. So, hier geht das runter. Dann geht das hier rüber. Ah, voll weit. Guck hier voll nach so. Ja, wo komme ich denn hier raus? Hm, ja, eigentlich war es richtig, ne? Das war das. Guck mal, ich glaube, ich bin zu blöd gewesen. Oh. Dann fliege ich nochmal zurück und gucke da nochmal nach. Oh nein, nicht der Bogen. So, warte mal. In dem Haus da hinten, da ist ja die... der Pisten dann weggegangen. Natürlich doof, wenn man da nicht genau weiß, wo was passiert. Aber andersrum, wahrscheinlich war das hier nur so ein Bonus-Level, ne? Ich will doch nur den Schatz finden. Zwar jetzt, komm. Mano. Nee, ich finde hier nichts. Absolut nichts. Hm, hm. Naja, schade. Oh, ich glaube, ich bin noch im Kreativ-Modus. Schade, schade. Story und Aufgaben. Schau dich im Dorf um und versuche herauszufinden, wer die Dorfbewohner getötet hat. Oh, warte mal. Warte mal. Nee, die kann man ja nicht lesen. Verdammt. Hier, das Schwimmen hat mir eigentlich nur interessant gewesen, aber irgendwie war da nix. Da war nix. Hier auch nicht. Na ja, schade. Wenn's hier ne Lösung gibt, schreibt's doch ruhig mal in die Kommentare. Ansonsten schickt mir eure Maps. Aber ich komme hier grad nicht weiter. Dann bis zur nächsten Map. Tschöö. Schade. Okay.